Hi und willkommen zu unserem neuen Monats-Update. Letztes Mal habt ihr uns so viel tolles Feedback hinterlassen. Das hat uns echt gefreut und das motiviert natürlich auch, hier an diesen Videos weiterzuarbeiten. Diesen Monat haben wir wegen den Feiertagen und so natürlich nicht ganz so viel geschafft wie sonst, aber wir haben trotzdem einiges, was wir euch zeigen können und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Ja, also wir haben jetzt den 21. Dezember und haben heute die letzten sechs Flüge der Modellerprobung gemacht. Wir haben jetzt insgesamt dieses Jahr so ca. 90 Flüge gemacht und bei der letzten Phase der Modellerprobung 2015-2016 waren das 120 Flüge. Also haben wir da schon doch ordentlich Modellerprobung gemacht und ich denke auch erfolgreich. Wir haben das Trudelverhalten erprobt und wir haben verschiedene Flugeigenschaften eben vermessen. Ja, in einem Video, das demnächst auch rauskommt, wollen wir euch noch ein bisschen genauer erklären, wie das Modell aussieht, wie es aufgebaut ist und wie die Flugerprobung so abgelaufen ist und auch ein bisschen was dabei rausgekommen ist. Bei den Winglets war es diesen Monat leider nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten ja letzten Monat schon die Schalen geschliffen, um die Formen zu zu machen. Da war die rechte Seite dann fertig. Beim linken Winglet hatten wir aber dann ein bisschen Probleme, die Formen wirklich passgenau zuzukriegen. Dass die Formen perfekt zugehen, ist natürlich sehr wünschenswert, damit die Aerodynamik am Ende stimmt, damit das Profil vom Flügel perfekt ist. Das war jetzt aber bei diesen Bauteilen sehr schwierig, weil die Formen natürlich in zwei Ebenen gleichzeitig zugehen müssen, die schief zueinander sind. Dann kann man gleichzeitig relativ schlecht reingucken, wo es denn jetzt möglicherweise gerade nicht passt. Und so haben wir damit relativ viel Zeit verbracht, bis das gepasst hat zu einem Überfluss. Passiert einfach im Prototypenbau, wenn man noch nicht so ausgereifte Prozesse vielleicht hat, wie in der Serienfertigung, ist uns die Schale von dem einen Winglet noch, hat sich aus der Form gelöst. Das heißt, wir mussten die relativ aufwendig wieder einkleben. Wir haben aber jetzt die letzten Detailarbeiten endlich fertig und sind damit bereit, um dieses Teil auszuschäumen. Wie sieht dieser Prozess denn aus? Wir haben jetzt in die Schalen hier Wachsplatten eingeklebt, die an den Stellen, wo die Bauteile später sitzen, werden den Verklebespalt simulieren. Dann werden die Formen geschlossen und wir schäumen das Ganze mit einem PU-Schaum aus. Dann bekommen wir hier zum Beispiel sowas raus. Das ist jetzt vom Bruch-Winglet damals noch ein ausgeschnittener Schaumkern, der jetzt zum Beispiel hier an dieser Stelle saß. Der Schaumkern wird dann abgespachtelt und eingetrennt und daraus lassen sich dann Formen bauen. Und aus diesen Formen, üblicherweise dann aus Glasfaserverstärkten Kunststoff, kann man dann die eigentlichen Einbauteile, das ist jetzt auch wieder nur ein Dummy-Teil zum Testen, in Kohlefaser-Laminat bauen. Ja, bei Einbauteilen, die eine kompliziertere Geometrie haben, aber nicht besonders groß sind, können wir relativ einfach mittels 3D-Druck aus dem CAD die Formen herstellen und müssen da auch relativ wenig daran nachbearbeiten und können somit mit ziemlich wenig Arbeitsaufwand direkt die Bauteile bauen. Für die Hohlwelle aus dem letzten Video sind inzwischen alle Drehteile fertig und wir haben noch einen weiteren Lagerbock laminiert, der dazu dient, die Welle dann hier im Rumpf auch einbauen zu können. Gleichzeitig haben wir weitere Teile der Hauptsteuerung in der Konstruktion fertigstellen können und sowohl auf dem Wasserstrahlschneider als auch in der CNC-Fräse fertigen können, je nachdem, was sie gerade für das jeweilige Bauteil anbietet. Und diese werden jetzt im nächsten Schritt noch nachbearbeitet, um dann für den Einbau parat zu sein. Bei der Fertigung der Teile für die Steuerung der AKX ging es auch weiter. Hier gibt es zwei Gruppensatz, sozusagen einmal Blechteile, die wir aus fünf Millimeter Aluminiumblech Wasserstrahl schneiden und danach die Passungen aufreiben und tatsächliche Frästeile, die eben aus stärkerem Material gefräst werden müssen und dann entweder per Klebeband oder per Schraubstock eingespannt und befestigt werden und dann gefräst werden. Der Holm sieht sehr ähnlich aus wie im letzten Video schon, aber tatsächlich konnten wir hier einen großen Meilenstein erreichen. Und zwar hatte ich ja letztes Mal schon ein bisschen erzählt, wie wir das hier verbauen wollen. Und tatsächlich haben wir es diesen Monat geschafft, die Schubbelegung zu infiltrieren. Letzten Monat habt ihr ja gesehen, wie das trocken gelegt wurde. Das haben wir dann in diesem Monat noch weiter gemacht. Und obendrauf auf das Kohlefaserlaminat haben wir noch Abreißgewebe draufgelegt. Dieses Abreißgewebe ist dafür da, dass wenn das Harz ausgehärtet ist, kann man das wieder runterreißen. Und es gibt eine schöne Oberfläche, die auch direkt verklebefertig ist. Außerdem obendrauf auf das Abreißgewebe kam dann noch eine sogenannte Fließhilfe. Die hilft einfach, dass das Harz sich besser im Bauteil verteilen kann. Das eigentliche Infiltrieren läuft dann so ab, dass wir unser komplettes Bauteil in Vakuumsack einpacken. Das ist gar nicht so einfach, da alles dicht zu kriegen. Und dann legen wir uns mehrere Einläufe für das Harz. Da wird das Harz dann dadurch, dass das ganze Bauteil fast ein Vakuum hat, wird das dann vom Umgebungsdruck reingepresst in das Bauteil. Wir lassen das Harz vorne und hinten am Holm reinlaufen und in der Mitte liegt das Vakuum an. Dadurch kann sich dann das Harz gut über die gesamte Länge verteilen. Eine Schwierigkeit beim Infiltrieren ist, dass der Dampfdruck des Harzes durchaus im Bauteil mal erreicht werden kann vom Umgebungsdruck. Und dann kriegen wir das Problem, dass das Harz uns ausgast im Bauteil und Bläschen bildet. Das will man natürlich nicht. Deshalb, was wir machen, wir entgasen das vorher. Das heißt, wir bringen in einem Glasbehältnis, bringen wir den Umgebungsdruck so weit runter, dass das Harz ausgasen kann, kontrolliert und dann möglichst gasfrei ist. Das heißt, wenn das Harz dann ins Bauteil reinläuft, bilden sich keine ungewollten Bläschen mehr. Die nächsten Schritte beim Holm sind dann, dass er noch Stützrippen verpasst kriegt und noch Löcher gebohrt werden müssen. Aber dann wird er in die Schale geklebt und in den nächsten Schritten wird dann auch die Steuerung in den Flügel eingebaut. Der Steuerungseinbau ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Da werden wir natürlich auch in aller Ausführlichkeit darüber berichten. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns auf jeden Fall ein Like da. Wir wollten euch auch noch so ein bisschen zeigen, dass bei uns bei der AKFLEAG eigentlich auch super viele andere Sachen passieren, außer das AKX-Projekt. Ich zum Beispiel, ich kümmere mich um die Autos bei uns auf dem Flugplatz. Das sind die Autos, die wir benutzen, um die Flugzeuge durch die Gegend zu schleppen und auch die Seile auszufahren. Und da geht es zum Beispiel darum, alte Autos zu warten, zu reparieren und allgemein am Leben zu halten. Und da manchmal auch mit ein bisschen unkonventionellen Methoden. Und allgemein haben wir auch sehr viele andere Aufgaben bei uns, wie zum Beispiel die Flugzeugwartung, auch die ganze Organisationsarbeit oder auch die Öffentlichkeitsarbeit, so wie das Video hier. Und wenn ihr da auch so Interesse habt, Videos darüber zu sehen, dann fänden wir es auch nett, wenn ihr uns das in die Kommentare schreibt. Und dann vergesst nicht zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.